Wer als Lehrer Erklärvideos bei Google hochlädt, kann die Lizenz in Creative Commons ändern. Das erkläre ich, wie es geht. Das geht in zwei Minuten. Deswegen erzähle ich als zweites über einen Account und wie hoch lade ich hoch und was ist das überhaupt und warum sollte ich es machen. Aber der erste Teil, das ist wirklich schnell. Ich muss natürlich angemeldet sein. Klicke dahin, damit ich auf YouTube komme und in YouTube klicke ich wieder auf mein Symbolbild. Und YouTube Studio ist der Punkt, wo man basteln kann und was verändern kann. Inhalte, da erscheinen dann hier die ganzen Videos und dann auf den Text klicken, da erscheint dann hier dieser Stift. Auf den Stift klicken und dann nach unten scrollen. Hier kann ich nochmal so ein bisschen Beschreibung verändern, das lösche ich. Aber nach unten, nach unten. Das Wichtige ist hier versteckt. Mehr anzeigen und dann wieder nach unten. Und da kann ich jetzt die Lizenz ändern. Ich habe die Standard YouTube Lizenz und Creative Commons mit Namensänderung. Wenn ich es erfolgreich gemacht habe, speichern, fertig. Dann ist es ein freies Video befreit. Man kann bei der Account-Einstellung das so machen, dass das grundsätzlich gilt. Also Einstellung hier beim Zahnrad und dann Erweiterte Einstellung. Also Upload, Standard-Einstellung, Erweiterte Einstellung. Da klicke ich immer auf Bildung und hier klicke ich eigentlich auf, dass jedes Video Creative Commons ist. Was aber mit meinem Tablet nicht funktioniert. Deswegen muss ich da immer klicken, aber vielleicht funktioniert es bei euch. Und dann natürlich speichern und dann wäre es ein für alle Mal erledigt. Genau, das ist noch gut. Jeder Kanal hat so eine Kanalbeschreibung. Und also ich habe zum Beispiel meinen vollen Namen. Das ist ja Creative Commons mit Namensnendung. Das ist einfach. Aber wenn ihr hier habt, Mickey Mouse oder Superlehrer oder irgend sowas, dann wäre es hier nett für die Kollegen, dass man schreibt, wie zitiere ich dich korrekt, weil wir Lehrer überängstlich sind bei Urheberrechtsverletzungen. Ich werde auch reinschreiben, dass meine Namenssendung mir eigentlich egal ist. Ich kann das nicht klicken. Das gibt nur Creative Commons und Namenssendungen, aber das könnte man hier reinschreiben. Lieber Kollege, mach was du willst damit. Hab Spaß. Dann, wie lade ich hoch für Neulinge, wenn ich hier auf YouTube bin? Wenn ich auf meinem Desktop bin, da kann ich auf Plus und Hoch laden. Aber meistens macht man Videos ja mit dem Tablet. Das hier ist mein Tablet. Da habe ich hier so ein Screen Recorder. Das ist ein André-Tablet-App. Da gibt es das auch irgendwie. Und wenn ich es gemacht habe, klicke ich dahin. Und dann erscheint dieses Symbol, dieses typische Teilensymbol. Das kennt man. Und da erscheint ja bei den meisten Softwaren auch der Knopf YouTube. Also nicht das Video per Mail auf den Desktop schicken und dann hochladen, sondern gleich YouTube. Und das geht schnell. Das macht Spaß. Das Schüler hat eine Frage zu einer Matheaufgabe. Ich mache Aufnahme, ich erkläre es, stopp, YouTube hochladen und dann schicke ich der ganzen Klasse den Link. Und alle können sich anschauen, wie die Aufgabe geht. Dann die Bedeutung. Das sage ich nur kurz, was das soll jeder selber googeln. Es gibt bei Creative Comments, heißt eben, die Kollegen dürfen es benutzen, aber eben auch bearbeiten, schneiden. Es wird die nächsten zehn Jahre tut sich viel. Dann können die meine Videos in irgendwelche Lernumgebungen einbauen. Und so soll es sein. Ich empfehle auch die Wiki-Seite. YouTube bietet ja nur die Lizenz mit Namensnennung. Es gibt verschiedenste Creative Comments-Lizenzen. Genau. Ja, und warum sollte man es machen? Ja, weil man dann zu den Guten gehört. Es tut sich viel. Es läuft jetzt alles Richtung echter OER-Plattformen. Aber da ist ja, dass keine Konkurrenz, wer seine Videos bei Google reingibt und unter so einer freien OER, Open Educational Resources, ja, also das ist so, und einer freien Lizenz reinstellt, der gibt den anderen Plattformen die Chance, es zu finden. Und dann können die das verlinken oder speichern und dann lebt es weiter. Also gerade wer Google und die Dominanz von Google kritisch sieht, der soll es trotzdem nutzen. Das Wissen läuft dann, dank freier Lizenzierung gehört es dann uns allen. Das größte Problem sehe ich immer, ist nicht OER oder Google, sondern unsere Lehrer, unser Lehrerperfektionismus, unsere Angst, ein Kollege könnte einen Fehler finden. Was ist, wenn mein alter Ausbildungsseminarlehrer das Video sieht und es ist nicht perfekt und da müssen wir uns freimachen, wir dürfen ja nicht so komisch sein. Es ist, wenn wir auf Perfektion warten, das schaffen wir in der Pensionierung, ja, aber vorher, wir brauchen es jetzt. Und habt den Mut, schaut mal meine Mathe-Videos an und dann wird jeder sagen, das was der kann, das kann ich eigentlich auch, ja, und das ist das Ziel. Und warum macht man es ab und zu, kriegt man einen schönen Kommentar, ein Danke, ja, von irgendeinem Schüler, nicht meinen Schüler, sondern irgendeinem Schüler in Köln. Und das ist natürlich die Idee von Open Educational, ja, das ist allen was bringt. Wenn alle es machen, dann geht es vorwärts.